Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution am Ende des Begehrens. Es ist ein Gerät, oder? Es ist ein Gerät, oder? Es ist ein Gerät, oder? Ich bin doch nicht! Es ist ein Gerät! Ah! Kusina! Waaay! Sie sind alle bereit? Ja, ich bin gerade in der Pause. Okay. Ja, das ist es für heute. Ihr habt einen Kursi-Nasperial. Ich bin der Kursi-Nas. Ich liebe Kursi-Nas. Ich liebe Kursi-Nas. Das ist ein Kursi-Nas. Ich bin der Kursi-Nas. Ich bin der Kursi-Nas. Ich kann keine Ahnung. Ich nehme den Kursi-Nas. Sehr gut. Ich mache das an, aber ich fangen zu essen. Ich werde den Bez riesengluren. Ich werde keinen Ausflug sein! Ich werde auch immer ich nicht. Du bist jung. Ich bin ein Mann, aber... ... habe ich gedacht, was ich gesagt? Wut? Wut? Ich will nicht sagen, ich will nicht. Ich bin der Körper, der sich der Beste ist. Das ist so ein Problem. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann, diese Frauenkollege. Wer ist die Frauenkollege? Untertitelung im Auftrag des ZDF 君の言う通り、確かに尾人には足りないものがいくつもある けど、あの明るい性格は本当に貴重だよ 尾人の存在が周りの繋がりを深くしてくれてる それは間違いない って、そんなことわかってるか お気に入りだしね、君の さて、どうかしら はい、これ うん、ありがとう ところで、次の任務地は決まりそうなの? うん、近日中に本決定されると思うけど、おそらくカンナビ卿だろうね カンナビ卿…戦争は早く終わるといいね 準備はいいね はい それじゃあ、くしな うん みんな、しっかりね 頑張ってくるのよ うん あと、帯と あん? あんたはおっちょこちょいで、慌てん坊でドジで、馬鹿で間抜けなんだから 一一倍注意すること もし怪我して帰ってきたら、原骨じゃ済まないからね いいわね 俺を誰だと思ってやがる? 俺はホカゲになる男、ウチハオビト様だぞ なんの心配もいらねえよ 絶対に任務を成功させて そんで けがなく、みんな一緒に帰ってくる 約束だ! ん? 約束だってばね そういえば、ずっと聞きそびれてたけど ん? なぜ君は彼をそこまで気に入ってるんだい? あの子には、夢を乗せてるから 夢? いつか、私たちに子供ができたら あの子のように明るく、まっすぐに歩いていける そんな子に育ってほしいと思う 決して頭が良くなくていい 生意気でもいい けど 仲間を大事にして 根性があって 決して意志を曲げない そんな そんな強い子になってほしいって この世界は 終わらせねえ 終わらせる ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました socket Okay, ich hätte jetzt eigentlich den Kampf zwischen Obito und Naruto erwartet. Really? Das war's? Wow. Okay. Na gut, da ich das Ganze... Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich meine, da ich das Ganze immer in einer einzigen Folge habe... Ich kann jetzt auch nichts anderes anfangen, von dem her... War's das eigentlich schon? Wow. Das war eine kurze Story und das war's mit dem Ninja Eskapaden-Modus. Das war ja echt... Ja, es ging... Na, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, dass es viel zu wenig war, aber es ist eigentlich nur der Extra-Modus. Der Haupt-Modus ist das Turnier. Und da sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Also, falls es euch gefallen hat, bitte mal liken, falls ihr einfach abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Displays. Und ich fand die Anime-Sequenzen gerade richtig cool, bevor sie dann plötzlich aufgehört haben. Tschau, Leute! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und dann, wenn man sich die